Masoud, was ist der Unterschied zwischen Machen und Tun? Kannst du mir mal bitte ein bisschen erklären? Und in diesem Video geht es genau darum. Ciao und herzlich willkommen. Dies ist heute wieder ein Video mit dem Video, mit dem wir in diesem Video über Machen und Tun reden. Machen ist in diesem Video, die wir in der Zeit haben, die wir in der Zeit haben. In diesem Video geht es genau darum. In diesem Video geht es genau darum. In diesem Video geht es genau darum. In diesem Video geht es darum, in der Zeit, die Arbeit und die Arbeit und die Arbeit betreft. In den ersten Video wird es darauf, der Einsatz ist. Und in demissel cheers, In dieser Video geht es darum, Und Tun, To Do something, In dieser Video geht es darum, dass die Arbeit ist. Wie passiert es? Wir werden hier ein Video. Es ist mit der Musik im Video, oder die Änderung im Video Parel, Dann ist er. und in diesem Zeitpunkt er weiß ich nicht, dass ich diesen Mann gibt. Wir tun sie hier. Wenn ihr ihr lasst, dann können wir diese Arbeit über die Erreignung mehr machen. Also brauchen wir nur einen Informationen. Wir zeigen den ersten Videos. Wir werden sagen, dass wir die Videos nicht spielen. Wir sagen, dass wir die Videos nicht spielen wollen. Wenn du einen Text keiner sagt, wenn du einen Text stimmest, Nate übernacht. Das ist ein bisschen nach einem Text. Der Text kann nur einen Text sein. Und das heißt, auf dem Text kann man fassen und auf dem Text kreier. Und einfach nur den Text klub. dass du so ein paar Videos machst, wenn du mal einen Video machst, in der Videobeschichte, wenn du einen Video machst kannst, dann kannst du einen Video machen, oder? Du kannst einen Video machen, oder so. Dann kannst du einen Video machen, oder? Hier hast du etwas Fehler. Du machst hier ein Fehler. icus wird müsst ihr ein Fehler und coeur regeln. Okay. Über eine Fehler machen. Und es ist eine Frage, wenn Zeit, ob du das Problem machen willst. B smoked sich gern matslich und Kne Winter. Obwohl man sich diese Art und Cessig machen. Seit Jahrgültig machen, tack gleich durch. Das ist eine Art. Wenn man beim Ausbilden hat, Hebezüge ich die Möcht nicht. Ich bin die Möcht nicht. Ich bin die Möcht nicht. Also, wenn ich das Beispiel. Wenn man sich das interessiert, dann kommt es in die Musik. Wenn man die Möcht nicht mehr an der Worte verletzt hat, Man muss die Masken über die Masken schweizen und die Masken anzunehmen. Das ist unsere Masken. Man muss die Masken auch immer mit Masken betrachtet werden. Man muss die Masken nicht meditationen halten. Es gibt keine Schaufte, keine Schaufte, keine Schaufte oder Kurien oder keine Schaufte. Es gibt nicht nur die Schaufte der Schaufte. Es gibt keine Schaufte, die Schaufte aus der Schaufte zu verändern. Wenn es nicht zu schaufte, kann man sich einen Schaufte im Aufbau zu bekommen. Es geht auch nicht automatisch. Wenn man in einer Arbeit arbeitet, dann kann man nicht mehr damit arbeiten. Wenn man einen Angriff kommt, dann sagt man, Der Kopf tut mir der. Das ist ein sehr guter. Das ist nicht so guter. Das ist ein sehr guter. Das ist ein sehr guter. Das ist ein sehr guter. Wenn du sagst, was kann ich für Sie oder für dich tun? Was kann ich für dich tun? Ja, für Sie tun. Das ist ein sehr guter. Kannst du das Geld auf die Bank tun? Wenn du da bei den billionaireen, kannst du das Geld auf die Bank tun? Das ist das glaube ich, wenn du im Ich gehe mit einem Schwerpunkt zu tun. Es ist nur ein Schwerpunkt. Wenn man einen Schwerpunkt setzt, wenn man einen Schwerpunkt setzt, wenn man einen Schwerpunkt findet, kann man das Papier in den Müll tun? Also wenn man einen Schwerpunkt setzt. Oder wenn man einen Schwerpunkt setzt, der Schwerpunkt stellt. Wenn man sich die Hände auf die Hände und die Hände auf die Hände auf die Hände und die Hände auf die Hände, dann kann man das nicht mehr sagen. Das ist doch nicht so. Das ist doch nicht so. Das ist doch nur die Hände. Das bedeutet, dass es sehr gut ist, aber es ist einfach, wenn man in den Jumla und in den Kommentaren sieht, dass es sehr gut ist. Das bedeutet, dass es sehr gut ist. Das bedeutet, dass es sehr gut ist. Okay, das war's für heute. Wenn ihr Fragen habt, dann können wir in den Kommentaren. Und dann können wir in den Kommentaren, wenn wir in den Kommentaren, dann können wir in den Kommentaren. Bye-bye!